Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich glaube, ich habe mich gestern bei den Patienten angesteckt Sag mir, was ich machen soll Nein, angesteckt Über 90% der Bevölkerung sind Opfer der grassierenden Blindheit Die weiße Seuche ist hoch ansteckend Es gibt keine äußeren Anzeichen einer Erkrankung oder andere Symptome Es gibt keine Heilung Mitbürger und Mitbürgerinnen Angesichts des Ernstes der Situation gilt unser Hauptaugenmerk der Eindämmung Möge Gott uns beistehen Das einzige, das schlimmer ist, als zu erblinden Ist als einzige zu sehen